Oh shit, not good Oh shit, not good Oh shit, not good DANGALO STILL 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 What? Nein, nein, nein Du wirst mir eh nicht mehr überholen können Hallo Wurst ALTER EY Im Motorradfahrer überfahren Ich hab Bock auf den Motorradfahrer überfahren Hallo Bist du? Bist du ein Engerverlager Hast du den Enger mitgebracht? Nee ALTER Ey scheiße die ganze Vorfolgerei hat mich ein bisschen furzig gemacht Supi Jetzt kanns weiter gehen Den hau ich auch mal über die Fretze ARD Das ist der nächste Stopp Nein Sitz Mein Ball Stopp Stopp Der Schiedsrichter holt die gelbe Kante Junge der hat nicht mehr den Ball gehabt Und ich renne den Typ hinterher und so Krätschübel Beziehungsweise Das ist eine gute Ahhhhh Ehhhhh Ich habe mich nicht mehr Ich will so Ich will sie noch Was sie Und dann Was die Helden Freit mir Spaß war Und ich warte zu leben Ein Legendenpass, oder? So lustig. Der war saftig, oder? Mit sehr viel Wurst, was er gefüllt. Und nicht Fasten und Scheiße machen. Digga, was denkst du, bringt es überhaupt was zu Fasten, Alter? Richtig, nichts, es bringt nichts in ein paar Jahren. Und das sag ich dir sogar mit, oh, warte mal kurz. Der hat jetzt gesessen, Alter. Oh crap! Loser! Oh shit! I totally took him out! Jesus! Langsam kann er sich den Ball zurecht legen. Herr Jetsz kann er Franken! Franke fliegt in den 16er! Vin Diesel,AT! Alter! Sssssssss. Der hat den übelsten Ball in die Fresse bekommen, Alter. Das sucht er, Lewandowski. Wir wollen den Tanzkornigern nicht halten. Wir haben überragend gemacht. Nein! Das kann nicht sein! Dieses Arbeiten, dieses Spielen gegen den Ball. Komm schon! Für den Gegner zerstört. Jetzt! Ich! Komm zurück ins Feld! Er hat ihn angewehrt aber nicht festgehalten. Der Schießrichterassistent hebt die Fahne... Bündogan. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schießrichter, lässt es nichts anderes lang bleiben. Komm schon! Komm nun her! Ja! Schön! Oläh! Was macht er da? Huuu Zuuu Eeeh Huuu Jeeeeee Zeeeee Zuuu So macht man Zuuu Kampfschrei Uhhhh Ssss Sch Schrei, Kampfschrei, Kampfschrei. He's still gonna launch. Ja! Ja! Prieger! Den hab ich ja mal komplett aufstehen. Nein. Alter. Ist jetzt nicht passiert. Silly. Hallo. Hör mir zu. Ähm. Oh Fritzi hat sich in die Hose geschissen. Ich hab mir ein bisschen in die Hose geschissen. Das zweite hieß, der Dönsch ist auf zu den Eis und dann hat er geschissen. Ich darf dich nicht aufheben, weil du fett und alt bist. Und du hast sie in die Hose geschissen. Das war mal ein richtig dicker F- Digger. Peter, attackiert! Wer kriegt jetzt als nächster Nummer? Wir wollen abgezogen. Und... wieder in mein Headset hier erst doch furzen siehst du mich drüber? ich hab neun Karten schade ich lass dich gleich extra 2 ziehen ey ey ich kann nicht na hier ha ey hallo nimm das ey silly das war jetzt richtig geil das war sag mal ehrlich das war ey ey uuuu ja weuuu uuuu uuuu uaaaaah ha 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 geil das war Schling ha 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 Schlilliiiipp Warte, Deutsch, ich muss es.